Alles klar und hier dürften wir den letzten Palorino nicht weiter heißt GG, wieder zurück und dann, wir haben es, ich würde mal gerne das freischalten Oh, das ist dann quasi auch ein anderes Portal zu einem anderen Dungeon Oh, wenn es dann auch escalieren wird, dann wird es, dann geht es rund Dann geht es rund, was sage ich euch Anyway, aber schauen wir mal, was jetzt abgeht mit den Chaotix Die sehen schon nett aus, wenn es dann Okay, schauen wir mal Unsichtbarkeit für den Gegner Hallo, wo seid ihr? Wo bin ich? Was für eine nette Musik Richtig Hype Music Ja, dann komm, braten Sprat euch Bozer, so brutal wenn du damit eine rausklatscht. Das ist so aggressiv einfach. Aggressive Attacke von Bowser-Reyno. Oh, große Fehl. Oh, die sieht crazy aus. Zelda! Äh, du bist aber nicht Peach, oder? You spin my hair right around. Oh. Warum heilt die sich? Dauerheilung. Was ist das für ein Modus? Wegen der großen Fehl, oder was? Oh. Nein! Jetzt taucht mich auf! Äh, äh, äh. Boah! Ja, 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 jetzt komm mal ran! Jetzt komm mal ran, Madame! Was ist denn das? Erst sieht sie sich, dann macht sie jenes, jenes, dieses, jenes. BD? Ja. So nicht. So nicht. Erst auf schöne Musik machen, romantisch, und dann packst du den hier aus, oder was? Was? Ey, jetzt macht sie mich nach. You spin my hair right around. Ich hoffe, es ist echt ein Move. Okay. Soo, okay. Halt dich. Oh nein. Oh nein. Ich muss mein Soju wieder zu dir. Ich bin mir seit Soju wieder zu dir. Oh. Oh, ich bin drin. Ich bin dein Soju wieder zu dir. Oh. Oh, ich bin bei dem Soju wieder zu dir. Ich bin zu tief gesprungen, ich bin zu tief gesprungen, ich bin zu tief gesprungen, zu tief. Ich bin zu tief gesprungen, ich bin zu tief gesprungen, also mit Musik nachdenken. Was hat das für eine Anziehungskraft? Scheiß, worab ich es passiert, ich habe es vergessen und nicht gesehen. Was hat das für eine Anziehungskraft? Was hat das für eine Anziehungskraft? Schon wieder? Nein! 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 Das ist Cheaten! Das ist Cheaten! Das ist Cheaten! Nein, 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 stopp, stopp! Nicht Cheaten, bitte nicht Cheaten, wenn man spielt! Bitte! Nicht Cheaten! Danke! Das war's für heute. gut nur verheilung ohr krass einmal halte ich massiv und nicht schlecht ich sehr guter sabgeistern hat es doch gelohnt an expresso wie cool das war als man damals in don't come country tiere gefunden hat auf die man quasi mit dem man reiten konnte das war so cool einer einer war einer von der war express doch falcon was ist eine hutschpartie komm mal runter jetzt ab und oder was kommt man Oh, ich mach mal, huu! Baaaang! Oh, oh, oh! Oh, oh! Falls ich frag, was ist, oh, oh! Das ist auch von Shy Guy, wenn man bei einer Mario Kart fährt, dann macht man so... Oh, Mau! Oh, Mau! Wir haben Shy Guy gefunden! Oh mein Gott! Oh, wir haben Shy Guy Masken! Das ist... Oh, das ist eines der ersten Super Mario Games. Richtig geil. Ey, warum... Es klingen sie jetzt. Okay, das ist auch Shy Guy, kann ich verstehen. Oh, die ist... Oh, die trägt Smeak-Kraft, die... Die spammen immer nur eine Taste, du, das sage ich dir. Und... Oh, Mau! Die Musik passt so dazu, man. Die Musik passt so dazu, einfach. Es ist so genial, Shy Guy. Oh, ich wollte nicht Boser nehmen. Egal. Oh, Mau! Oh mein Gott, wie krass es aussieht! Shy Guy! Nice! 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 Einfach Shy Guy, oh mein Gott, wie geil, wir nehmen einfach soviel Geist mit, wie es geht, Freunde, wir müssen so einen Rutsch-Party-Geist finden, mit dem wir rutschen können, was Du hast so nette Musik, oh, oh Ich bin still Gewonnen Was Ok, jetzt aber, auf gehts nach rechts, nach rechts Hallo Hallo Wie oft Melinda kommt, man, in jedem Part ist sie fast vertreten Oh, ne, er setzt jetzt auf sein Spezialseit ein, das ist diese Rakete, glaube ich, so nervig bei dem Wir wollen, oder, erinnere mir, kannst du gerade hier hin Oh, ne, bei Isis ist es Angelgut, oder was? Was? Niederlage, fortsetzen Bidi Jaja, fortsetzen, komm ran jetzt Jetzt sehe ich so etwas wie ein Rundgang durch das Setting in Wii Sports Resort Und manchmal kann man sogar schwimmen gehen Mh? In mein Stablo Und in anderen sterben sie Oh, die Station ist geil, finde ich Die ist geil Oh nein FFM Bosa So Das sag ich erstmal Zum Schalter würde ich gerne Warte, Schalter Warte, Schalter Bidi Wo ist der Schalter? Achso, wir müssen von da da hin Oh je, oh je Weiß Traumbert Was ist das für ein Name, Traumbert Ja, träum mal weiter, mein Freund Wie lange ist denn da? Genau Woh Woh Ah, du kennst Du kennst Du kennst Du kennst Ja Ja Woh Oh! Einfach Gluga gegen Magma. Das Szenario auf der Zinnobe-Insel. Komm runter. Geile Stage. Ich fühle geile Stage. Das ist halt Stage auf Leben und Tod. Was ist mit dir? Olle. Valor zu mir. Ganondorf. Lol, Goomba. Bereit? Los! Niederlage. Torsten. Fortsetzen. Ja, bitte. Flashbacks. Oh, der hat gesessen. Perfect! Oh! Was? Hat sich nur lübschelt eine Zeit oder war das jetzt gegen den Song? Das hat mir ein bisschen Angst gemacht einfach. Haha, der hat gerade ein bisschen Panik geschoben. So, jetzt haben wir die... Oh! Oh! Karados! Krilaxo! Geil! 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 Ausdauers! Siegen hatte Zeit Limits. Oh! Oh! Was! Wie groß! Die Kraftpunkte, die haben auch übertrieben. So fett mit denen aber... Egal, wir brauchen nicht. Hey! Ich hoffe es zu einem! Sieg raus, Junge! Pum! Aus, Junge! Ja! Ja! Hehehe! Krass mit dir! Macht Widerstandsfähiger gegen Stürmer. Ja, wow! Okay! Krass! Krass! Mascha! Ja! Ich habe jetzt mal mit dem der 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 sieht richtig cool aus. Oh my god, der sieht richtig cool aus. Oh, das ist im Endeffekt noch. Sonic. Sonic Boom! Ich fewce von Jevion finde es im Endeffekt. Oh, äh, äh. Äh, äh. Wie krank. Wo ist er? Feig! Loll, wo bin ich? Keiner weiß. Bowser. LTFM Bowser. Wer hat früher auch Browser gesagt statt Bowser? Seid ehrlich. Wer hat früher Browser gesagt statt Bowser? Wie nett?! Lollez! Das ist von Mario 64! Pinguin Race Music. Hahaha, wie geil! Oh Yoshi! Oh Yoshi ist brutal am eskalieren mal wieder. Guck mal. Der hat keinen Bock mehr. Wir haben ihn zerrissen, haben wir den! Wir haben ihn zerrissen. Oh, exit! Okay! Oh, schön! So, Freunde. Ich glaube, mit dem können wir unten dann, ähm, ich glaube, mit dem können wir unten dann auf diese Wasserinsel. Unten rechts, glaube ich, das habe ich sein. EG, Azalea. Oh, ein Sturm zieht auf, ein Sturm zieht auf, ein Sturm zieht auf. War es die ganze Zeit ein Sturm, oder was? Oh oh. Oh oh. Oh, du kämpfst gegen deinen Papa. Oh oh. Oh, ich wollte den mit dem Sturm einen verpassen. Nice. Ässse. Egi. Azalea. Ich glaube schon, um da schwimmen zu können, glaube ich. Komm schon, Captain. Yes, genau das habe ich gemeint. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das machen wir dann im nächsten Part, Orenio. Sehr cool. Sehr gut. Oh. Komm mal an, jetzt. Da hunn ja. Da hunn ja. Was? Was? So einfach geht das, muss schon wissen wie man mit Duffen umgeht, oh wie breit der ist Jetzt aber Freunde, Buster Korn, oh jetzt können wir auch da hin, oh jetzt schau mal Oh interessant Oh 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 So Geil Geil Wir bewegen uns langsamer runter zu dem Boot, zum Boot, oder was das ist Und dann machen wir dort den nächsten Part dann weiter, bin gespannt was da abgeht dann auf der Insel So ne, geht uns jetzt auf seines Spezialseitwerts ein Na genau die Hast es also Macht nichts Das ist meine Hood Gewonnen Weiß Varios auch brutal Hey Vario, stimmt Wir haben ja noch nie gegen Vario kämpft glaube ich, oder? Bis jetzt Krass Ahja, aber wie kommt man da hin? Keiner weiß Hä? Vielleicht von da ganz oben irgendwo Keiner weiß Malty Gazelle Hehehehe Hehehehe Was für ein brutaler Name, ich bin Malty Gazelle Hehehehe 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 Bloody Gazelle Wie brutal Das hört sich übertrieben brutal an Jegadim Mein Künstlername Mighty Gazelle Man muss sich denken, was von ein Mighty Gazelle das ist So Uh, Excitebike Ah, jetzt, guck mal, wir haben noch nie gegen Vario kämpft Und schon kommt der Vario Na guck mal, der ist heiß Oh Mario hat 8 Schrecke, wie geil Oh Otago, Otago Mockrider ist auch gut Mockrider Was für die Crazy Music 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 Ja genau, hier Snakeman Die ganzen Mans Com Lasst uns hier Schluss machen, Freunde Dann können wir ab hier im nächsten Part Weitermachen Ich hoffe, das Ganze hat euch in diesem Part gefallen Wenn ja, bitte den ganzen Like Ich bedanke und für's 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 Zusehen Und wir sehen uns dann das nächste Mal Peace Bis zum nächsten Mal.